hallo leute willkommen zurück zu einer weiteren let's play folge minecraft im zwergenreich ja ihr habt gesehen wir haben in der letzten folge schon angefangen die türme zu bauen wir haben hier jede menge stein was wir auch gleich wieder einschmelzen werden denn wir brauchen jede menge stein leute jede menge so wir teilen das mal kurz so das wollte ich nicht fangen das mal ein zack hier kann was auf warum schmilzt nix okay so rum entschuldigung so sehr schön das lassen wir jetzt mal die können erstmal brennen in der zeit können wir uns eigentlich mal wieder ein bisschen weiter rein graben ich habe gesagt wir haben uns ja immer ein stückchen rein in den berg dass wir immer da wieder ein stückchen schaffen ja das sieht doch schon ja gut leute es sieht gerade ein bisschen so bisschen unförmig aus wir sind auch noch nicht fertig ihr wisst es wir sind hier noch lange nicht fertig mit unseren unseren eingang aber wir haben uns jetzt erstmal hier weiter rein so machen erstmal die höhe ja alles weg ich weiß auch gar nicht wie weit ich mich wirklich bei den anderen test let's play rein gegraben habe und zu gucken wie weit ich kann wir machen jetzt einfach erst mal ein stück dann gehen wir gleich wieder nach oben hier ist auf jeden fall so als die erste spitzhacke kaputt hier ist auf jeden fall eine höhle war hier irgendwas noch wichtiges hier habe ich glaube ich auch schon mal rein gegraben da okay ich glaube hier geht es jetzt rum hier ist nix okay ich glaube die höhle hat nur schon komplett erkundet wir lassen die erst mal kommen jetzt wieder hier raus ja haben wir denn hier was was wir damit das nehmen wir erst mal das hier das lassen wir noch mal dann haben wir hier noch mal so ein eingang das machen auch mal so aber dann können wir uns den rest hier erst mal rein graben dass wir nicht so ein riesenloch haben dass wir jedes mal da reinfallen wir schöne viele steine denn die brauchen weil ich möchte am liebsten das eingangs tor hier nicht erst mal fertig machen das machen wir auch auf jeden fall so das machen wir hier auch gleich mal nach hier geht es auch noch weiter aber das geht ja noch da 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 das lassen wir auch erst mal wo das werde was ist hier er so und jetzt können wir uns hier erst mal in den himmel graben dass wir ein bisschen reinkommen und dann können wir ja schon gleich uns mal erde mitnehmen weil wir uns hoch graben müssen und die steine müssten vielleicht auch schon gleich fertig sein denn da brauchen wir jede menge für das eingangs portal aber es ist auch gleich ist schon wieder dunkel ne ich mache jetzt noch die rei und dann gehen wir schlafen ich habe ja gesagt im dunkeln arbeiten wir nicht so weil ihr seht nichts habe ich festgestellt irgendwie ist das zu dunkel wenn ich in dunkeln arbeiten will widersprochen sich ich weiß was ist das denn zack entschuldigung leute was ist das denn weg und weiter geht's entschuldigung entschuldigung so auf jeden fall jetzt runter runter und erstmal schlafen und dann müsste stein eigentlich fertig gebrannt sein er brennt immer noch okay das war noch großes text wenn ihm schon mal er hatte zwei stecks mit zack 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 so kannst da rein hier brennt gar nicht so was haben wir denn hier stein 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 okay oder normal zack 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 und jetzt haben wir auch nichts mehr so leute jetzt geht es weiter hoch wieder wir brauchen einmal erden inventar so leute 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 kommen wir hier lang gucken ob wir hier hoch kommen an unseren jetzigen noch kleinturm vorbei okay das war blöd das war echt blöd dann machen wir es einfach so So. Zack, 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 zack. So, zack, 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 zack. Zack, so. Wo habe ich denn hier angefangen? Talalala. Irgendwie ist die Welt hier so ein kleines bisschen anders als... Dann müssen wir das halt mit Stein nochmal auffüllen. Oder haben wir das da so gemacht? Stein? So. Leute. Jetzt weiß ich nicht. Ich muss mal kurz gucken. Ich hatte das doch schon hier gemacht, oder? Ich hatte das schon... Ich glaube, ich hatte mich gar nicht so weit reingegraben. Wenn wir das ab hier machen... Dann... Tatatata... Wo habe ich denn das gemacht, Leute? Ich glaube, ich habe hier... Ha, 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 ha. Ach, wir nehmen einfach das. Das passt jetzt. Dann brauche ich jetzt mal ein bisschen... Äh, ne. Zack, 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 zack. So. Steine. Denn wir müssen jetzt... Alles, was hier... Wir bauen jetzt einmal eine Steinwand nach unten. So, zack. So, zack. So, zack. So. Dann machen wir uns mal ein bisschen weiter runter. So. So, zack, 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 zack. So, jetzt können wir uns hier wieder... Aber warum ist denn das hier? Das verstehe ich nicht. Oder hatte ich das doch so? Das kann auch sein. So, zack, 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 zack. Gehen wir jetzt erstmal hier weiter. So, und hoch. So, okay, aber wir bauen jetzt einfach mal blind drauf hin. Zack, zack, zack. So, ja, ich glaube, wir hatten das so. Und zack, 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 zack. Leute, hier werden wir dann mal so ein bisschen Struktur auch reinbringen. Wir werden mal ein bisschen in den Felskram, aber erstmal muss ich hier eine Reihe bauen. Erstmal muss ich das zubauen und dann probiere ich euch das zu erklären, wie ich das haben will. So, zack, 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 zack. So. Und das müssen wir hier sowieso noch zumachen, sonst kann man ja auch von der Seite unser Reich angreifen. Das wollen wir ja nicht. Zack, 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 zack. Machen wir das hier zu. Äh. Nein. Boah, Mist. Mist, Mist, Mist. Aber irgendwie... Ich glaube, ich weiß, woran es liegt, Leute. Ich war hier gar nicht mittig. Aber das ist nicht so schlimm. Weil ich hätte hier nochmal eine Reihe weggemusst. Ah. Ah. Dann passt das auch mit dem Mittel. Wir müssen... Ja, das ist ja nicht so ganz so schlimm. Das ist ja nicht ganz so schlimm. Wir machen hier einfach... Gut, da brauchen wir das nicht. Aber hier nehmen wir einfach mal... Wir müssen das vermitteln, dann passt das auch. Jetzt weiß ich auch, wo ich den Fehler habe. Zack, zack, zack. So. Das ist auch weg. So, Leute. Jetzt müssen wir erstmal kurz gucken. Da, 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 da. Der Linie bin ich jetzt. Ich glaube, ich muss noch eine rüber. Ich glaube, ich muss hier noch eine rüber. Ja, gut, dass uns das frühe Nuckel aufgefallen ist. So, und jetzt... 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nein. Äh, zack. Jetzt gucken wir nochmal. Ja, da kommt er schon... Besser rüber. Jetzt haben wir natürlich... Was habe ich denn damals gemacht? Das gefällt mir jetzt noch gar nicht so. Oh. Tschalala. Da wäre ja sowieso da reingraben. Das ist ja hier die Mitte. Dann machen wir das einfach anders. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das hier ist jetzt die Mitte. Das ist die Mitte, oder? Machen wir das jetzt? Das ist die Mitte. Dann müssen wir... Wie breit haben wir denn das Tor der Zeit? 1, 2, 3, 4, 5. Dann müssen wir... Hier... Hier... Und... Mitte... Das war ja ein kleiner... So müsste das jetzt passen. Ich gehe aber nochmal kurz schlafen, Leute. Jetzt ist aber doof. Ja, wir sind sowieso am Ende der Folge, Leute. Das gefällt mir gerade noch so gar nicht. Auf jeden Fall, wir sehen uns in einer weiteren Folge. Da werden wir nochmal das Tor ein bisschen korrigieren, dass das mittig zum Eingang ist. Und... Wir werden den Eingang weiter bearbeiten. Und wir sehen, da müssten auch ein paar Steine bis dahin fertig sein. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in einer weiteren Let's Play Folge MyCraft in Zwergenreich. Auf Wiedersehen. Tschüss.